Spiele ich mal mit den ELC Hä? Seit wann habe ich einen Test da drin? Weiß ich kann nicht mehr, als ich das da eingebaut habe Hm, na ich glaube da war sie schon bisschen vor Oh, Waffenträcher Oh, jetzt fährt der da hin oder was? Gut, dann klärt du da auf Ich hab doch das lange Da ging man doch Oh Nee, die da stehen Oh Ein Schuss und kaputt Ähm Spiele ich jetzt mal Oh Ja Oh Okay Habe ich doch mit dem Schütz Habe ich da Chance überhaupt? Ich glaube kaum Auf geht's Auf geht's Ja Ich könnte aber zwar schnell schief gehen Ich werde mich da hinstellen Ich weiß nicht Ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist Ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist Höh Wir haben ja auch gehört können Komisch Komisch Hm Was haben wir denn Oder klär ich auf? Der ist eigentlich zu langsam fürs Aufklären Höh Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Oh Ist schon kaputt Hahaha Komm Mach schneller Oh nein, 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 der ist zu groß Ja, viel zu langsam Okay, vorwärts, weiter weg Ging ja gerade noch mal gut Eigentlich bei Herb kommt der C34 jetzt daher Da würde ich nicht hinfahren Okay, machen die Artillerie doch Da steht der Königssiege Na, wenn ich Glück habe, treffe ich Oder ich treffe und ziehe nichts ab Was nervt der Erste unten rum, weil der hier durch den Boden schießen kann Da kann der da hinschießen Nee, da kann doch nicht Da ist überall Fels im Weg Hä, hat denn der gerade geschossen? Der hat doch gerade, hä? Ich hätte gedacht, der hat gerade geschossen gehabt Oder hat da irgendeinen auf den geschossen? Höh, na gut, ich hätte gedacht, der hat geschossen Ich habe bloß irgendwas schnelles zu spielen Wie spiele ich denn nochmal? Auf der Karte Komisch, das ist immer komisch Bei mir die komischen Karten Weil Leichtband sind nicht so gut sind Es wird einfach gewonnen Was ist das? Was ist das? VK-7201K? Höh! Den habe ich ja noch nicht gesehen Los geht's Ist das irgendein Premium-Banz oder was ist das? Ich misse auf dem nichts Wo? Beine Da will ich nicht hin, da ist ein Baum umgefallen Dreh dich, dreh dich, dreh dich Und weg Hä? Damit habe ich mich verzählt oder? Löwe Geht auch das, kann ich nicht mehr kommen So, ist hier so Oh oh, Löwe Ist da noch? Nichts Und wieder weg Das war's für uns Raus hier Hä? Das war der T30 Was? Ach, was da? Hab mich schon gewundert Da hätte der mir ja hinterher vermissen Hä? Das ist ein Jagdpanzer? Ach Ach Das ist der, ähm Von Der Stufe 10 von dem hier Warte mal Äh, da, ja Ach, Mann T34 spielen Oh Oh, jetzt Hä? Macht denn hier ein M3 Stuhl? Okay Das ist der Boy Weil er mit 2 Stufe 4 Panzer spielt? Komisch Oh Oh, fucking komisch Hups Da war das Eck Nee Jetzt häng ich Da drüben Na Guck mal Ob ich vielleicht von da drauf schießen kann